little bit moisel maitest du überhaupt ne chance einen pikachu zu kriegen Pikachu würde ja schon reichen. Muss ich doch nur noch irgendwo einen Donnerstein herkriegen. Ich guck mal kurz. Komm, Landgut. Da sind die ganzen Träner. Das ist ja auch leuchtende Perle. Nur Diamant, Pearl und Platin hier. Für leuchtende Perle gibt es eigentlich nichts. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch hierfür gilt. Aber nur eine Häufigkeit von 10%. Hosea 30% und Staravia auch 30%. Das ist krass. Noch irgendwo? Ne, 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 ne. 10%! 10%! Doch, dann hast du ein Blumenbeet. Was? Ein Pi-Schuh. Okay, ein Pi-Schuh ist jetzt kein Pikachu, aber nehme ich auch. Okay, mal noch mal. Aha! Schau, nochmal. Viele Roselias. Alle zu stark? Ja. Ich hoffe. Donnerschock. Ja, wir könnten sogar noch mal Donnerschock einsetzen. Ah, das macht nix. Mann! Scheiße! Also, wir werden erst mal folgendes machen. Da ich ja nur auf Jagd nach einem Pikachu oder Pi-Schuh... Ja, ich brauche nur eine Fehltrompete. Mann! Ich dachte echt, dass das Pi-Schuh hält zwei, äh... Zweimal Dings aus. Zweimal Donnerschock hält es aus. Ich hatte es echt gehofft. Divines chur., Well, meine Mannschaft. Men und blitzschlo해져. Und wir kommen heute vor mir. Srl, muss man also auf jemandkennen? Ein Mannschaft! Pikachu ist noch besser als Pichu jetzt ist mir egal, jetzt sitze ich Pokéball ein war klar ach man ich hasse mein Leben Superball wäre langsam angebracht vielleicht sollte ich mal welche kaufen yes ich habe einen Pikachu so, Luxtra du hast gerade dein Nachfolger dabei geholfen einzustellen das ist bitter, wenn du gekündigt wirst und dein Nachfolger einarbeiten musst genau so war es jetzt bei Luxtra wenn es vor jemandem auf der Hut ist entlädt sich knirstend Elektrizität aus seinen Backentaschen in mein Team nice so Pikachu ist glaube ich 25 ne Nummer 3 scheiße jetzt hat er das gespeichert verdammt jetzt habe ich zwei Pikachus habe ich auszusehen Pokémon 4 auch 25 ich habe gehofft wenn ich einfach auf schließen gehe dann speichert er das nicht kacke welches Pokémon habe ich jetzt rausgehauen Staravia habe ich rausgehauen ach kacke ich habe jetzt Staravia nochmal 397 3 ist richtig 4 ist falsch jetzt stimmt es mir doch ja zwei Pikachu ich habe es aus Versehen das falsche gewechselt und ich dachte wenn ich jetzt einfach auf schließen gehe speichert er das nicht war wohl nicht so naja ok ich habe meinen Pikachu ich bin erstmal glücklich und jetzt kommt ein Pichu natürlich aber ich brauche keinen Pichu ah aus natürlich warum sollte ich das mit Absicht machen jetzt mal ernsthaft so dann bin ich hier erstmal durch dann können wir zurück nach gehen genau diese Stadt äh nicht Herzhofen sondern hier äh Weideburg genau die Stadt ist es können wir zurück nach Weideburg gehen die Katsche sollte ich nicht als erstes kämpfen lassen dank Pokémon äh dann EP-Teiler äh ist es mit dem Training auch relativ unkompliziert Sonnentag ja den haben wir auch gerade ich wusste gar nicht dass das eine TM ist Sonnentag aber eigentlich könnte ich ja Pikachu einfach als Begleiter nehmen so jetzt fühle ich mich wie echt Kätzchen wie Lino alles sehr effektiv sehr effektiv tschüss wie Lino es fühlt sich gut an auf diesem feuchten Boden zu stehen ok wenn Ketchup passt ok wenn Ketchup ok Lukas doch Ralf du musstest mich unbedingt besiegen oder ja hä wenn du nur ein Kadabra hast dann kann ich ja nichts dafür Gegengift dann rennen wir mit sechs Pokémon rum so wie ich es mache und dann red mal weiter Fidifas dich hab ich schon aber dich kann ich gerne wegdotzen Training für Pikachu äh ja wir sind richtig Schelterer 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 da gibt es jetzt eine Schelle vom Schelterer jetzt brauche ich irgendwo her brauche ich jetzt einen Donnerstein übrigens ne ist bescheid er weiß noch nicht auf welchem Level ich dann Pikachu Entwickler aber mögen dann wird es passieren ah da haben wir schon unser erstes Level ab sehr schön 19 30 x budd hey steckst du auf fest ob ich im Moor feststecke nein tust du nicht natürlich nicht du bist vielleicht lustig ich könnte mir lediglich ein Schlammbad andernfalls würde ich doch äh wild herupzappeln und versuchen wieder herauszukommen hey sorry Sonneweg unter Untergrundhöhle ja danke Lukas ich sehe Lukas nimmt seinen Modjob auch sehr ernst immer den Streamer unterstützen ähm äh 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 erste Frage habe ich was zum Verkaufen was ist schon gähmlich hier ne hab ich irgendwas was ich Pikachu in die Hand geben kann Gähmlichke Upp wie du alles steigern gähmlichke ist ja geil und fragen es stellt ein kapitel trägers immer dann wieder her wenn dieser dem ziel schaden zu fügt ist egal ab level 26 eines donnerplätze gut zu wissen das wird es auf jeden fall können superball da kommen wir mal ein paar 15 reichen erst etwa wurde 15 15 kannst du meine pokébälle haben werde ich sowieso nie wieder einsetzen never ever muss da oben ich bin schon in weideburg dann erste frage musik pokémon center und zweite frage wo ist die arena noch mal oder bin ich völlig falsch so Hä? Da oben ist alles. Wie komme ich denn wieder hoch? Hilfe. Ich komme hier nicht hoch. Ach, hier. Wo habe ich es? Da. Oh mein Gott, bist du lost. Pack dir nichts mehr zu, ne? Was kann Pikachu jetzt eigentlich? Na, du. Oh. Äh. Naiv. Okay. Donnerwelle. Doppelteam-Elektroball-Offenlegung. Richtig Müllkanz. Richtig Müllkanz. Neuer verstärkt. Deren Wasserattacken, die abgeschwächt werden. Gut, brauche ich jetzt nicht. Trifflug, Kampf, Elektro. Schockwelle. 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 Ausweich nicht möglich. Will ich haben. Doppelteam-Elektroball-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro-Elektro Mach's besser. Ja, immerhin kann ich Ihnen eine Sache beibringen. Marino ist der Arenaleiter. Ich meine natürlich Wellenbrecher Marino. Ist der Meister der Wasser-Pokémon. Hier, äh, ich finde ja, dass du enorm mutig bist, wenn du versuchst, Wasser-Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu bekämpfen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Dann lief wir uns mal einen guten Kampf. Viel Erfolg. Pokémon Arena von Weidebrook. Arena Leiter, Wellenbrecher, Marinos, Alakadde, Trainer, Dennis. Der war sowieso schon überall. Man kennt's. So, mein Pikachu braucht Training, deshalb nehme ich euch alle mit. Ich habe hier nicht nur meinen Körper gesteht, sondern auch meine Pokémon und meinen Geist. Passt, Kall. Ah, Level 26 bisschen hoch. Ich wollte gerade fragen, welches Level haben die denn hier so? Vielleicht könnte ich auch alle, vielleicht könnte ich auch einfach Pikachu kämpfen lassen. Ich glaube, daraus blöd nichts. Wow, du bist vielleicht sogar noch stärker als unser Arena Leiter. Oh ja, das bin ich. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das bin ich. Hm. Hey, ein Rätsel. Hey. Ich behersche die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Oh, Juri. Schmerbe. Kind mit Sixpack, ja. So ähnlich. Er ist Wasserbändiger. Wir haben ja irgendwie alle in der Arena, ne? Du hast mich trotzdem besiegt. Ich bin sprachlos. Ich überlege gerade. Will ich Pikachu trotzdem nach ganz vorne setzen? Weiß gerade nicht. Ja klar, Pikachu ist eindeutig ein paar Level unter allen. Aber Pikachu ist ja auch elementar im Vorteil. Ich versuche es einfach. Wir versuchen es einfach. Ach so, hier komme ich nicht durch. Okay. Okay. Das ist ja noch weit, weit oben. Aber es bringt mir jetzt nicht so viel. Wo, warte mal. Geh mich da da rüber? Der ist nicht. Das ist nicht genug Wasser. Okay, dann gehen wir runter. Ach so, da komme ich ja nicht mehr hier durch. Oh, fuck. Ich gehe jetzt irgendwie weiter. Ich mache mir dann wieder Wasser wieder weg. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen unmünstig hier, ne? Hölle, wo komme ich denn da jetzt weiter? Hä? Hier geht es nicht weiter. Da komme ich nicht hin. Wenn ich so was er jetzt hier ablasse. Bin ich halt hier, ne? Ich kann das, was er hier zwar wieder erhöhen, aber es bringt mir halt nichts. Ich komme hier nicht rüber. Da geht es dann wieder runter. Ach hier geht es weiter. Hi. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe dabei Pokémon aufgezogen. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Du wirst es hier nicht leicht haben. Jetzt habe ich jetzt Pikachu beigebracht. Schockwelle oder Elektroball? Fuck. Ich glaube Schockwelle war es. Klicks��. existos. Jetzt we棄ete. Ich kann das sein ansonst�� завieren. Ah, der ist halt schneller, ne? Funkensprung! Du bist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Nanu, Staravia, entwickelt sich. Wir kriegen ein Staraptor. Glückwunsch, denn Staravia hat sich zu einem Staraptor entwickelt. Die Muskeln in seinen Flügeln und Beinen sind so stark, dass es im Flug Müllus kleinere Pokémon tragen kann, indem es mit dem Klauen festhält. Nahkampf. W-w-w-was kannst du jetzt? Hotty Shaker, Ero, Astro, Nahkampf, Attacke ohne, Rücksicht auf Verluste, Senk, Verteidigung, Spezialverteidigung des Anwenders. Dafür würde ich ruckzuckig vergessen lassen, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. with